leute heute friend friends die extras und alles drum und dran der freeplay brauchen wir nicht nochmals machen oder deswegen weg hier die extras da möchte bin ich gespannt hier von red bear bonnie prototyp das ist bei bei den ultimate kassel night karakteren max an mausiki rotten freddy rotten bonnie rotten chica rotten foxy also nicht sweet sondern suit security bonnie security freddy security fredbear es gibt mini games oh mein gott man kann die mini games da mal machen katze niger beginning beginning oh mein gott august august oktober oder zeigen sie wie sie hergestellt haben insane mode das werden wir in den livestream machen glaube ich sogar oh mein gott so weit überleben wie es geht gut komm wir machen mini games noch komm ich werde wieder aufladen komm ich werde wieder aufladen ihr könnt versuchen um ein high score zu schnacken wenn ich hier gerade aufstelle einfach welt rekord gemacht komm mindestens tausend uh double kill das ist einfach pizza ich weiß nicht mal was ich hier mache ich habe ein nebenfallung glaube ich das käse oh mein gott oh mein gott oh 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 gewonnen lol das war's mini games ich glaube da kann man irgendwie nichts richtig machen glaube ich gut das was damit den extras und dann kasten prototyp und zu gut ich werde mir das kurz durchlesen ok 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 also das haben sogar alle namen digga ok wir machen heute nur anware also diese beiden ok 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 mokoffice ok ok ich muss bei den camps immer gucken weil ich es direkt schaffe ja man muss auch betenken diese neue level Oh mein Gott, Digga, das ist ja richtig viel Oh mein Gott Es gibt so viel, Digga Okay Eigentlich ist es voll chillig Es sind nur zwei Animatronics, also was habe ich erwartet Klar, Ultimate kostet mir direkt so 500 Aber manchmal ist chillig auch mal geil Okay, erwischt Ah okay, es gibt nur diese beiden Okay Gratulation, you got away Fünf Kinder sind vermisst In Freddy, Felsby, Pizza, Mystery Also fünf Kinder werden vermisst, also Ich bin ein, komm Okay Warte, hier gibt es noch etwas, Perspektive Ah okay Dann bin ich fertig, oder? Okay, wir machen dieses zweite Minigame Okay, wir machen Ich weiß noch, dass es irgendwie ganz oben links war Oh mein, die Musik geht echt lauter Das ist ein Feuer Jo, das war's Ja, dann haben wir uns alles angeschaut Ich freue mich schon, wenn Max und die anderen Oh mein Gott, ich freue mich schon auf den Insane Mode Erinnert mich aber daran, dass ich den Insane Mode gesagt habe, dass ich spielen werde in einem Live Ja, das war dann der Unwear Mode Also war jetzt natürlich nicht schwer Also Ich hoffe, euch hat's gefallen Lasst ein Like und ein Abo Ich weiß, das Video war jetzt nicht so lang Glaube ich Und deswegen hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video Bis dahin Ciao Ciao